BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. BVB Total im Doppelpass mit der Klubbeeren. Ich hoffe, es war nicht ein wenig Pressing. Ich hoffe, es war voll Pressing. Das ist das, was wir gerne machen. High Pressing. Und wir sehen, dass wir A.C. Mayland auch Probleme haben. Especially in der ersten Halten. Das ist normal, weil wir nur eine halbe Woche trainieren. Die Konditionen müssen besser werden. Und das wird besser werden, natürlich. Auch wenn wir diese kinder Spiele spielen. Das war ein Top-Spiel. Und ich denke, die Spieler spielen wirklich gut. Wirklich. Im Moment hat es gelesen, dass P.M. Erich Obamajang mit Borussia Dortmund in der nächsten Saison bleiben. Was bedeutet das für Ihre Werte für die kommende Saison? Wie haben Sie das gehört? Und was hat Ihre Stimme über die Sendung gesagt? Wie habe ich gestern gesagt, in der Pressekonferenz, dass ich sehr glücklich bin, dass er in meiner squad. Und während er da ist, werde ich ihn benutzen. Und jeder konnte heute sehen, warum. Er ist ein guter Spieler. und jeder Trainer möchte mit ihm arbeiten. Ich bin auch sehr glücklich, dass er hier ist. Ich weiß auch in Modern Football, dass wir nur am Ende August sind sicher. Aber natürlich bin ich sehr glücklich, dass er in der Sport ist. Er ist ein fantastischer Mann, ein fantastischer Spieler. Vielen Dank für uns, es war ein Freude hier in China. Ich hoffe, dass wir uns in den nächsten paar Jahren sehen. Bye-bye.